Ich glaube, das Unix werde ich dann holen, wenn ich in Offline zahle. Ich muss ja jetzt nicht immer alles... Da werden ja die edle, violette Stadt... Oh ja, die mit der edlen, geilen Mucke. Ich glaube, ich muss nur so irgendwann mal zum Pokémon Tower, das weiß ich. Oh, hier sind wieder ein paar Trainer, die dringend ein paar für die Birne wollen. Den Wunsch erfülle ich den gerne. Welches Pokémon ist süß? Pummelig und Kuschelig? Also ich kenne Pummelow, aber Kuschelow kenne ich jetzt nicht. Gürre möchte kämpfen. Also Gürre. Pipi. Pipi! Ähm... Wer könnte mal wieder ein bisschen aufzubekommen? Ach komm, Dirty Wing. Dirty Wing braucht auch mal ein bisschen. Er muss auch mal ein bisschen hochgeputscht werden, ganz ehrlich. Wenn du dich jetzt von so einer Attacke K.O. hauen lässt, dann knallt es aber hier. Ja, das sieht schon mal gut aus. Reuler. Hm, Zerschneider. Äh... Nein! Du lässt doch nicht ehrlich jetzt nicht einschlafen. Oh, jetzt pennt er. Ja, super. Steh fest. Du Plexib. Jetzt lässt er sich auch noch verprügeln. Das Typ bestellt hier wegen... Du Schlafmütze! Man! Das ist Dreifachrieb! Von wegen Du Plexib. Achso, Du Plexib. Ja, ich habe jetzt Doppelheben gerade ein bisschen durcheinandergekommen. Der pennt gerade weiter. Ich trinke eine Cola. Ja, auf Dich. Wolltest du jetzt wachschreien oder was? Oh, komm jetzt! Steh auf! Hm... Oh Gott! Ich hasse solche Pokémon, ne? Ganz ehrlich, ich hasse Pokémon, die einen zum einen pennen bringen. Freunde, das hat auch noch so lange gedauert, ey. Das ist unfair, sowas. Boah, wie lange denn? Ja, genau. Genau. Ist aufgewacht. Na, endlich mal! Ja, genau. Jetzt... Ja, übertreib es mal hier. Dreimal getroffen. Pass mal auf. Mal Kratzer geben. Na toll. Ich schlug viel. Komm, Blut. Ich wollte gerade sagen, wir hören schon wieder an. Verbrenn es! Verbrenn es! Jawohl. Wolltest du das Pokémon wechseln? Ja, komm. Ich will auch mal ein bisschen Error verpassen, oder? Mach, ich weiß nicht gerade. Ich will jetzt nicht wieder Erox reinschicken. Aber Erox, der braucht auch mal... Der muss man... Der darf nicht übertreiben, ja. Warte mal. Ich glaube, der wird sterben, wenn ich den reinsetze. Komm, schmörme. Schmörme braucht auch mal was. Warte mal ein bisschen Error verpassen. Double Team. So. Mal nehmen. Donnerschock. Jawohl! Paralysiert auch noch! Wieso kann er mich trotzdem noch angreifen? Ja, da, da. Da, 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 da. Er hat keine Wirkung. Oh, mein Gott. Was funktioniert überhaupt noch heute hier in den Laden? Ja, Slam-Mode gut rein. Genau, jetzt kommt der bei Duplex-TP. Jetzt ist der der OP. Ja, genau. Gibt es ihn. Genau, er steht drauf. Komm her, Slam-Story-U-Kin. Feierabend. Hör auf! Sei nicht so gemein, du Pipi. Sei nicht so gemein. Bin ich so gemein. Ach, ne. Was ich heutzutage alles hier abbekommen hab, hier privat. Da bin ich echt schon echt fies geworden. Wäre schon nett zu mir. Also... Ach, das ist mein Abonnenten. Ich zähle meine Abonnenten jetzt nicht mit, bevor er jetzt wieder reist. Ey, ich gucke doch deine Videos. Ich bin doch immer nett zu dir. Wird euch nicht angesprochen. Ganz ehrlich. Ich rede jetzt nicht. Ich rede von vor anderen Leuten. Personen und so. Nein, nein, nein. Du musst nicht nochmal heilen. Komm zurück. Mensch. Kurva. Alles fit bei dir? Alles gut. Ja, genau. Warte mal, haben die Bäume hier vielleicht gerade noch was hier? Man muss ab und zu manchmal hier gucken, weil manchmal sind hier so Dinge versteckt. Da muss man immer genau Augen aufhalten. Oh nein, der Mönch. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Glücksspieler! Okay, jetzt zeigt wir ein D-D-Duell. Die Herzdame lacht mich an. Fulcano. 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 Ich muss gerade oder irgendwas ist? Flamme. Ich werde mal Dick da reinholen. Lörchen. Ja, bis. Okay. Das sieht schon heftig aus. Ich mache dir mal den Schaufler. Ja, komm schon. Ja! Der hat gesessen! In your face! Ruhlpix in den Kampf schicken. Das Pokémon wechseln. Nein. Flamme. Kampf. Schaufler. Wieder. Blut haut nicht hin. Dafür gibt es den Schauriuken und... Gut Nachts. Gut Nachts. Boah. Level 25. Wer spielt der besiegte Player? Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Nope. Aber ich habe ihn noch verknackt. Hat er den Geld, was er mir gegeben hat? Hallöchen! Das sehe ich doch gerne sowas hier. Ja, ich brauche mal einen Zerschneider. Mach mal hier den Weg frei. Zack. Ich habe das Gefühl, hier ist was, was ich brauche. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich glaube, hier ist bestimmt, was ich finden soll. Ist denn ein Pokémon hier drin? Hallo! Pokémon! Bist du hier drin? Epileptische Empfälle. Und weil ich auch von Pokémon getreten bin. Und er mir in den Zähl gebissen. Hallolo! Wer bist du denn? Wo ist Ratz, Ratz? Hyperzahn? What the fuck? Warte mal. Warte mal. Wenn noch mal ein Abra kommt, den fange ich jetzt ein. Hallo? Ah, das soll ich du! Ja, genau. Was wird das denn jetzt hier? Kampf der... Ach, komm. Nee, komm. Ich habe keinen Bock. So kann ich jetzt nicht davonlaufen? Was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß hier wieder? Das ist ein verficktes, wildes Pokémon. Ich kann davon weglaufen, wann ich will. Error. Gib den ordentlich... Was beißt du mich, hä? Was beißt du mich? Jetzt kriegst du erst mal einen Rankenhieb von mir. Zack! Was willst du tun, hä? Drecksvieh. So. Wenn jetzt hier ein Abra auftaucht, den will ich sofort haben. Den fange ich direkt mit meinem besten Pokéball ein. Das ist mir scheißegal, weil ich... Ich bin Teleport-Abhaut immer. Der darf ich nicht zulassen. Der muss ich haben. Der bin ich ganz... Ah, lo, lo. Abra. Ein wildes Kadabra. Ich will keinen Kadabra, wenn ich ehrlich bin. Aber ganz ehrlich, ich will ihn trotzdem haben. Schwärme, du musst mal kommen. Tu mir in den Gefallen. Ja, genau. Hau doch auch ab. Kurva. Da wird doch mal ein hässliches Pokémon drin sein, das ich mal benutzen kann. Komm schon, ey. Ach du, von dir will ich keiner was. Du bist hässlich. Ganz ehrlich, du bist hässlich. Ich kann ihn nicht... Ich kann ihn nicht sehen, ey. Du bist jetzt gegrillt, weil ich das jetzt sage. Ja, Rux, du bist OP jetzt, du. Ekelhaftes Vieh. Ja, was? Ja, genau. Jetzt kann man mich wegwehen. Ist klar. Manchmal sind die Spieler echt hier. Jetzt kommt fucking Abra jetzt, du Missgeburt. Ach, nee. Komm, wieder so ein EKF des Taubsi. Ja, ratz, ratz. Hier. Müssen kommen. Ich tue jetzt ein bisschen die Kämpfe entkommen, weil einfach nur, weil ich... ...nicht so das große... ...das hat mir mal mit den kleinen Kramm nicht zu prügeln. Mann, hau doch ab, ey. Ich will dich nicht sehen hier. Hau ab. Ja, jetzt kann... Ach, Gott. Hilf mir dann nach. Weißt du, der wird mir ein Pokémon weg. Dann ist sofort der Kampf zu Ende. Ich habe zwar noch fünf andere Pokémon-Packen, die ich dafür jetzt einsetzen könnte, aber nein. Nö, so geht das nicht. Ach mein Gott, geh doch weg, ey. Gleiches gibt es einen Satz heiße Ohren von mir. Jetzt kannst du nicht davonlaufen. Was willst du denn von mir, du Ekelhaften? Na, eigentlich... ...kann ich entkommen. Nein, Pokémon gucke ich jetzt noch. Wenn das nicht geht, dann hau ich weiter drehen ab zusammen. Das ist ja ekelhaft. Nee. Oh. Ach, nee. Die Schuhe ist ein blödes Ratzfatz. Ja, komm. Ich hau jetzt ab. Flucht. So, ekelhaft. Nervig. Nee. Nee.